Photonics begleitet uns überall in unserem Alltag, ohne dass wir es wahrnehmen. Das Smartphone via Fingerabdruck entsperren. Möglich dank Photonics – die Lehre des Lichts. Für das schweizweit einzigartige Photonics-Studium suchen wir neugierige Studierende, die den Mut haben, Neues zu entdecken, Fragen zu stellen und Konventionen zu überdenken. In diesem praxisnahen Studium, das zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft entwickelt wurde, lernen Sie, lichtbasierte Technologien zu verstehen, anzuwenden und weiterzuentwickeln. Viele Wege führen zu Photonics. Einmal angekommen, profitieren Sie von dem erleichterten Berufseinstieg dank einem praxisorientierten und industrienahen Studium, Austausch zwischen den Studierenden und Dozierenden, einer leuchtenden Zukunft im Arbeitsmarkt. Möchten Sie die Technik von morgen mitgestalten? Dann melden Sie sich jetzt für das schweizweit einzigartige Bachelor-Studium Photonics an.